Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen am Donnerstag, dem 17. August. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe heute wieder neuen Technik-News für euch vorbereitet. Wir beginnen mit dem Galaxy Note 4, gehen zu Facebook, zu Instagram, zu Amazon Channels, zu Ice Lake, zu Essential Phone, zu Huawei, zu Sonos und zu Apple. Wir starten mit dem Galaxy Note 4 und da wird ja heute wahrscheinlich dann das Galaxy Note 8 vorgestellt. Was will ich euch heute über das Galaxy Note 4 erzählen? Ja, es gibt ein weiteres Fiasco in der Note 3 und das betrifft wieder mal den Akku. Das Note 7 hat ja, sagen wir mal, explodierende Akkus gehabt, ohne dass es wieder groß aufrollen zu wollen. Und jetzt offensichtlich gibt es einen Rückrufprogramm bei Galaxy Note 4 Akkus. Betroffen sind Geräte, die zwischen Dezember 2016 und April 2017 produziert wurden. Die Akkus sollen zu Überhitzung tendieren. Ein Problem, das ja nicht wirklich neu ist. Wenn ihr betroffen seid, könnt ihr das direkt auf der Webseite nachprüfen. Am FedEx oder wer auch immer das in Europa übernehmen wird, liefert euch dann einfach einen Ersatzakku. Das ist jetzt keine große Geschichte. Es ist nur insofern halt interessant, dass auch das Note 4 da jetzt Probleme haben soll, nachdem es da letztes Jahr im Note 7 Probleme gab. Wir kommen jetzt auf Facebook und dort gibt es Überarbeitungen im Design. Vorneweg mal die Kamera-Funktion. Die ist jetzt in der Lage, zwei Sekunden lange GIFs direkt aufzunehmen und diese dann in eurem Newsfeed und in der Story zu teilen. Erinnert sich ein bisschen an die Apple-Funktion von den Live-Fotos. Auf der anderen Seite ist es jetzt auch möglich, direkt über die Facebook-Kamera live zu gehen. Auch ein Newsfeed soll umdesignt werden. Facebook wird weniger blau. Die Header waren bisher allen in dem typischen Facebook-Blau gehalten. Auch die Suchleiste zum Beispiel, das soll jetzt anders werden. Statt Blau gibt es jetzt sehr viel Grau und Weiß. Dadurch soll vor allem die Lesbarkeit gesteigert werden. Wir bleiben mehr damit beim Facebook-Konzern, gehen aber rüber zu Instagram. Dort wird es auch neue Änderungen geben, was das Design betrifft. Auch ein bisschen neue Funktionen, vor allem eben in den Kommentaren. Bei Facebook ist es mittlerweile so, dass quasi jeder Kommentar eine eigene Funktion zum Kommentieren wiederum hat. Ich also quasi Threads abbilden kann. Bei Instagram gab es das bisher noch nicht. Wird es aber jetzt in Zukunft geben. Das Feature wird aktuell bei den meisten Nutzern schon ausgerollt. Das heißt also, in den nächsten Tagen und Wochen sollte das auch bei euch ankommen. Wir kommen zu Amazon und dort gibt es jetzt einen neuen Amazon-Channel. Diese Channels sind ja recht verhalten gestartet, meiner Meinung nach. Was vor allem daran liegt, dass das Angebot eher schwach war. Jetzt zeigt Amazon meiner Meinung nach so ein bisschen, wo sie hinwollen. Es gibt einen neuen Fußballkanal, der kostet 5 Euro im Monat. Dort könnt ihr euch die Spiele anschauen, die Eurosport übertragen sollen. Dementsprechend eben, es ist auch ein entsprechender Eurosport-Kanal für 4,99 Seiten dabei. Der Channel kann monatlich gekündigt werden, sofern ihr wollt. Also, wenn euch das interessiert, einfach mal hineinschauen. Wir kommen zu Intel und die haben bereits die nächste, übernächste eigentlich Prozessor-Generation angekündigt. Die wird auf den Namen Ice Lake lauten. Es sind Prozessoren im 10-Nanometer-Fertigungsverfahren. Die aktuelle Generation Coffee Lake ist noch im 14-Nanometer-Fertigungsverfahren. Was ein bisschen überrascht, Canon Lake kommt noch zwischen Coffee Lake und Ice Lake. Auch über Canon Lake wissen wir noch nicht allzu viel. Was vor allem das spannendste wird, ist die Frage, welcher dieser Prozessoren dann tatsächlich auch für Notebooks verfügbar sein wird. Aktuell sieht es so aus, als würde Canon Lake nur für Desktops kommen und quasi dann erst Ice Lake für Notebooks. Vielleicht auch deshalb die Ankündigung gestern. Damit wären die Ice Lakes dann quasi die ersten 10-Nanometer-Prozessoren, die auch im Notebook Einzug halten würden. Nur ein kurzer Nachtrag zu den News-Devue schon mal hatten. Das Essential Phone soll nächste Woche endlich starten. Das ist dieses neue Telefon von Andy Rubin, dem ehemaligen Macher von Android. Nächste Woche soll es in den Handel kommen. Geleakt hat das mehr oder minder der Konzern selbst. Alle Vorbesteller eines Pure-White-Geräts wurden verständigt, quasi ob sie denn nicht auf ein schwarzes Gerät wechseln wollen. Die weißen Geräte würden noch ein paar Wochen dauern, aber das schwarze Gerät wäre dann angeblich bereits nächste Woche lieferbar. Wir kommen zu Huawei und die haben ein neues Smartphone angekündigt. Ein bisschen überraschend, zumindest für mich. Das Nova 2. Ja, was kann man dazu groß sagen? Standard-Kost sage ich jetzt mal mehr oder minder. Es wird 400 Euro kosten. Was beeindruckend ist oder auffällig ist, die Frontkamera, die löst mit 20 Megapixel und einer Blende von 2 auf. Quasi also das Handy für die Selfie-Macher. Ja, ansonsten, die Audio-Engine Histon findet ihr auch an Bord quasi. Die soll die Musikwiedergabe verbessern. Kennen wir aber eigentlich schon vom Honor 9. Generell muss ich sagen, bei dem Preis, das ist genau der gleiche Preis, für den das Honor 9 mal um den Ladentisch geht. Das Nova sieht dem Ganzen sehr ähnlich. Hat auch eine Dual-Kamera. Leistungsmäßig ist es allerdings ein bisschen dahinter. Ganz verstehe ich es nicht. Vor ein paar Wochen gab es in den News, dass Huawei sich zumindest aus dem Günstig-Segment entfernen mag, weil dort Honor quasi wildern soll und sie sich eher auf den Premium-Markt irgendwie zurückziehen wollen, warum dann jetzt da das Nova 2 nochmal kommt, das genau wieder in die gleiche Kerbe schlägt wie die Honor-Geräte, verstehe ich nicht ganz. Es sei wie Ihnen überlassen, sparen das Handy, vor allem eben, wenn ihr eine starke Selfie-Kamera braucht. Wir kommen zu Sonos und die haben ihre Datenschutzbestimmungen aktualisiert. Puh, was für eine News werde ich jetzt. Soll ich vielleicht denken, naja, das ist mehr oder minder mal so eine Abwechslung in Liga und ein anderes interessantes, spannendes Feature. Sonos weist zum Beispiel darauf hin, dass die aufgezeichneten Sprachdateien des Sonos-Systems nicht an Sonos übermittelt werden und auch nicht von denen analysiert werden. Moment, wie jetzt? Sprachdateien, Sonos? Ja genau, es gibt ja schon lange das Gerücht, dass dort die Spracherkennung quasi hineinkommen soll, wahrscheinlich Alexa. Da gibt es ja angeblich auch schon einige Tests und mehr oder minder haben sie beide Seiten schon bestätigt. Offensichtlich ist das jetzt bald der Fall, nachdem Sonos eben jetzt auch die AGB entsprechend anpasst. Und wir schließen mit Apple und dort gab es heute wieder eine Übernahme eines ehemaligen Fernsehproduzenten oder eines Serienproduzenten. Und mehr oder minder gab es dann einen Medienbericht dazu, der besagt, dass Apple angeblich vorhat, in Zukunft eine Milliarde US-Dollar in Serien zu investieren. Wie und wo genau das passieren soll, wie das aussehen soll, bleibt natürlich noch fraglich. Auf der anderen Seite natürlich eben Medien sind ein großes Thema. Aktuell produziert Apple Planet of the Apps und letzte Woche ist auch Carpool Kuroki gestartet zur Unterstützung von Apple Music. Da bleibt es die Frage, ob sie mit dieser einen Milliarde US-Dollar tatsächlich nur Apple Music unterstützen wollen, was ich mir nicht ganz vorstellen kann. Oder aber eigentlich das ganze Thema angehen wollen und vielleicht zum eigenen TV-Anbieter werden wollen, passt ja auch ganz gut zum Apple TV, dass ja hohe vielleicht noch in einer neuen 4K-Variante kommt. Das war es mit der heutigen Sendung. Ich wünsche euch noch einen schönen Donnerstag. Wir hören uns dann morgen zum Ende der Woche quasi nochmal wieder. Bis dann und ciao. Hört mehr Geek Talk.